So, hallo und willkommen zu einer Folge von mir, Thomas, in der ARK. Das ist ein Community-Projekt von einem Kollegen von mir. Und hat gedacht, ich bring mal immer mit. So. Ich muss die Anstrengung, das ist ein kleiner Charakter. Dann werden wir uns schnell getroffen. So, warte schnell. Dann machen wir einen Timer. Und der Sterne wird jetzt gut. Der Sterne hat sich schon so genommen. Thomas, 3, 3. So. Ja, gut. Hoffentlich passen die Einstellungen und so. Bei meiner Hauptwoche der Testtaste soll das auch gut sein. Aber bis zu leiser noch. Dann soll das gut sein. Okay. Jetzt sind wir heißen. Okay. Das ist ein Speed-Pfugel. Für hier spielen. Mein Team-Mate ist leider heute nicht da. Aber das sollte irgendwann noch kommen. Das war zu gut auch ein paar Folgen mal dabei. Aber das sollte so gehen. So. Jetzt noch ein Equipment zusammen. So. Jetzt noch ein Equipment zusammen. Auf den Service ziehen. Punktes ist eben auch. Die feste. Ein bisschen laut vielleicht, oder? Hm. Gott sei Dank. So. Für ein Holz? Nein. Nein. Kein Holz. Nein. Kein Holz. Nein. Nein. Das ist auch Holz. Hast du aber einen Extinction-Dmap-Matic? Leider? Die Polizei kommt dort unter. Das ist immer so. Wir machen das. Also wenn ich das Gehen uns helfe, darf ich sie angreifen. Jetzt ist es ein paar, dann habe ich beim Testlauf gewonnen, was wir ihn doch benutzen hier. Soll ich den Test vielleicht auch wie es selber funktioniert, was wir noch benutzen. Oh, das ist mein Leiter. Na, ich will noch Wasser. Ich habe noch nie Geld gedacht. Ich habe ein bisschen mehr gelegt. Ich kann mal da runter. Soll ich zumindest trinken oder alles. Und da auch hier unten mal. Das ist ein bisschen. Okay. 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 Das sind ein paar Kollegen von mir. Und der Gogo. Es gibt auch so ein Punktesystem. Ich weiß nicht genau wie man sich herstellen. Aber hier. Mit dem Tresor kann man Sachen machen. Es kommen so Punkte, die man pro Stunde bekommt. Sachen kaufen. So, die ich mitbekommen habe. Das war mir schon gut. Das war mir schon gut. Leid der Holz. Okay. Ja. Da geht es da auf. Was muss ich? L τις weiter. Oh! Weißt du! Hallo, ich will sagen, kein Lucky Pot. No, doch Lede, kein Fleisch. Jetzt waren wir doof, das sind so viele Lede. Guck, ich bekomme immer noch so viele Lede. Ja, immer nützlich. Ah, da haben wir keine Ausdauer mehr geklebt. Also wie gesagt, da haben sie ein bisschen die Einschränkungen, das ist wirklich verkauft. Normalerweise ist das Ausdauerung und so ausgestellt. Schon kommt, dass sie das nicht angelassen haben. Vorhin schon hatte ich zweimal gestartet gehabt, aber da war ein Fehler drauf. Oh, gut. Leider, ich bin kein Lede. Das ist sehr schlecht. Ich bin ungefähr hier. Äh, in der Mitte der Map umgeführt. Oh, das ist so ekelhaft mit dem Durst. Hm. Da haben sie vermutlich was vor euch eingestellt. Das nehme ich noch kurz, das so schnell Durst hat. Das ist nach der Folge, ich spreche noch mal mit ihnen ab, ob sie noch mal selber neu starten. und dann auf das einstellen. Das ist mit dem Durst und so. Das ist schon komisch. Okay. Baut ein bisschen. Hm. Okay. Baut ein bisschen. Los geht mal auf dem Weg. Ob er verletzt wird das Problem. Oh, na, das ist egal, was ich verstehe. Das ist die Engelge, ich kann mal nehmen. Ich muss ein bisschen mehr aufnehmen. Ja. Vermutlich bauen die Gegner nicht mal oben, das ist ein Klassiker bei denen, also zumindest es gibt zwei eigentlich, weil der Team nicht da ist, einen anderen Tribe war auch nicht macht, es gibt auch noch vier, im Moment, ich bin tot und für den ersten müssen wir das Spinner starten, weil es sehr gut ist von denen die 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 Okay. 10 Minuten, aber gut, also noch diese Folge, spiele ich glaube vermutlich Solo nochmal ein bisschen weiter, oder mache eine zweite Folge vermutlich auch noch, so, kannst du ja einen Nann setzen, aber spakt ist ein Tuch dann, das ist nicht so schön, und spakt ist noch Metall Nein, danke Also, das ist mir interessiert, auch noch eine junge Stadt, richtige Brücke, das neue um rekturzelt nochmals extra kann ich was flaschen leder verschwenden das ist weiß ob sie es wird noch mal ausschalten dort ein bisschen wenig ausdrucken zu erledigen Das kann nicht sein, dass ich ein bisschen laufe und es schon wieder außer weg ist. Ich muss noch etwas trinken. Ich muss noch etwas trinken, ich muss noch etwas trinken. Oh, okay, movement speed. Oh, fuck. Das braucht ja mehr was. Oh, guck mal, liebe Dosis. Nein, ach nee, so ein Ding. Okay, bin bleib tot. Mist. Okay, das ist gut. Okay, meine Sache ist gut. Und schon kommt, dass es sich noch angriffen hat, was als er seine getroffen ist. Ja, das ist doch so schön. Ja, das ist doch so schön. Okay, gibt's eh. Ist hier gereicht. Das wäre jetzt schon nützlich. Okay. Okay. Jetzt gibt's hier kein Eisen irgendwo. Oh, hier Eisen. Das ist aber gesucht. Jetzt müssen wir noch Eisen ausbekommen sind. Das ist schön. Hallo Eisen. Oh, ach, so gut. Okay. Oh, der ist hier. Das ist nicht so schön. Das ist nichts für Base-Roller-Laden. Hallo? Okay. Ich brauch schon mal zwei Mal Aufstürungen aufladen. Oh, das letzte Bett. Warte mal. Warte mal. Ne. Ne. Haben wir verklickt. Miss. Oh, das wäre jetzt ziemlich eine Scheiße. So, und das sollte mein Base erneinen. Und da? Ne. Ich weiß jetzt auch noch. Probier ich nochmal zu sterben. Dann. Wahrscheinlich noch. Jetzt ist das Bett. Oh, bitte. Jetzt ist das Bett. Oh, das wäre so schlecht. Oh, das ist... ... 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 Oh, die ist. Oh, die ist. Oh, die Föhn ist auch auf dem Weg. Hallo. Wo kann es denn passieren? Oh. Das gibt es ja. wir hier. So. So. Was hältst du da meine Punkte? Ich hab 14 Punkte aber jetzt. Oh nein. Oh nein. So. 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 we were skalfen hial. We maior skalfen hial, hial Donkorf was 15 on his. Why won't you hial. ein paar Y-Win-Skill 4-2-X 5-Pocketball kann das auch nicht nehmen Poison-Win-Win Damok-Hack Werkzeug-Hack und so Das gab mal die erste Folge gewesen vom Projekt, was auch gezeigt Alles wird gemütlich, okay, gut Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge Die verlassen einen Tag später oder zwei Tage später wieder aufnehmen Kleine Zusammenfassung mal wieder Tschüss